Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 Beta, habe ich immer vergessen zu sagen. Ich bin der Playgestalt und mit mir dabei ist die iTouch Gestalt. Wir müssen... iTouch Gestalt? Oh, guck mal, da haben wir sie wieder zurückgedrückt. Die sollen ruhig alles offen lassen, dann schmeißen wir da Granaten rein. Kein Ding. War nicht so gut. Hinter dir! Ich seh nix. Ich bin gesund. Gesund. Was passiert hier? So ein Bobo. Ähm, ja, wir sind diesmal auf der Seite der ersten Ordnung. Sehr, sehr schicker Laden, hübsche... ...hübsche Uniform. Schön hell und weiß. Au! So. Super, Trooper. So, wir müssen das Ding abpicken. Äh, also aufheben. Hallo! Falsche Seite geguckt. Zum Bobo. Er ist oben, oder? Ich geh mal nach oben. Ich möchte mir das mal angucken. Warum ist meine Rüstung eigentlich so dreckig? Ist deine auch so dreckig iTouch? Äh, ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Oh, wow. Äh, super. Ich glaube aber nicht. Also ich sehe sehr hübsch aus. So schön sauber. Also für alle, die es übrigens wundert, wo wir hier sind. Wir sind hier, wo sind wir eigentlich? Jaku heißt das, glaube ich. Nein, Jaku ist das nicht. Jaku war der Wüstenladen, ne? So ist es, genau. Saftladen. Saftladen, sozusagen. Jetzt bin ich dreckig. Super. Voll iTouch. Mach ich mal sauber. Ich bin, ich bin auch wieder gefühlt der Einzige, der hier ständig verreckt. Ja, ich habe eine schöne Aussicht hier, muss ich sagen. Du bist am Campen, ist klar. Nur halt ohne Sniper, aber sonst alles easy. Hui. Ah, Fallschaden kriegt man zum Glück nicht. Okay, wir müssen das Ding schnell einnehmen, sonst haben wir ein Problem. Die schießt auf mich! Au! Alarm! Ich bin gerade zum ersten Mal gestorben. Es läuft wieder, hundertprozentig. Semioptimal, möchte man sagen. Warte mal. Ich weiß. Ich bin da. Ich habe es gerade. Move, move. Oh, nee. Scheiße. Ich bin irgendwie ein bisschen in den Schuss gerannt. Ich habe es ungefähr zwei Meter weiter getragen, als es sein müsste. Gut, oder? Das ist wieder sowas. Ich denke, der Ball hat mich ab und ich habe, der hat noch 77 Hertz. Also irgendwie. Die kann ich den 126 Damage machen, wenn die nur 100 Leben haben. Das frage ich mich. Das ist ein 150 Leben, Kollege. In deinem Leben vielleicht. In deinem Leben vielleicht. Yo, was hält der aus? Oh. 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 Das ist doch noch smart, hä? Ah, ist das unfair. So, Bitches. Jetzt kommt der Flame Trooper, Mann. Das wird gebrutzelt Brutzel, 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 brutzel Ja, wo ist da jetzt denn? Huh Das war eine ordentliche Granate, möchte ich sagen Okay, mich jetzt erwischt Flametrooper, ne Doch eher nicht Ne, ne, da bleibe ich lieber beim Esser Old Ah, warte mal Mal gucken, was hier möglich ist Wir haben noch 44 Leben, also das wird selbst bei uns im Angriff ein bisschen knapp Ja, okay Da ist ein Chewie So heißt das doch, oder? Ein Chewie Ein Chewie oder ein Buki, je nachdem Der hält viel aus Der hält sehr viel aus Hey, sorry, aber das ist nicht normal Also irgendwas mach ich falsch Wollen wir raus? Geht doch WTF Weil die sieht schon mal wieder brillant aus Immer sind Ich bin so konzentriert Ja Ich auch Wobei Eigentlich bräuchte ich nicht sein Man, zeigt euch doch einfach mal Rocket Launcher Ey, wie Was hat denn der bitte für eine Reaktionszeit? Nein, nicht F drücken Weg hier, ich muss hier weg Ach, also als Specialist hat man es mir nicht leicht Ne, ne Ne, ne, das funktioniert so nicht, Leute Was ist hier los, was ist da los? Was ist da los? 11 noch Gut Sieht eher mal aus, würde ich mal brauchen Das kommt jetzt drauf an Wo sie sind Das war ja mal der smartest Move ever Das ist ja immer so Rechts, links, rechts, links Und ich noch Rechts, links, rechts, links Nur im falschen Rhythmus bin Ja, so ungefähr Alter, das macht keinen Sinn Was die da von dir gibt es Wir kommen jetzt die letzten Meter Die letzte Stage kommen wir jetzt ein bisschen jetzt voran wenigstens Aber es ist halt Eigentlich ist es zu spät, wenn wir ehrlich sind Da muss schon viel passieren Oh, uns betrotten Schuss auf dich Warum rennen denn immer alle an allem vorbei? Was ist denn das? Wuh Chewie Ich bitte Chewie Chase? Chewie Chase, ja genau Also am Ende haben wir es endlich mal geschafft Ein bisschen Weg zu machen Aber Ja, eben einfach zu spät Was bringt mir mein Schild, wenn ich danach Ganz normal weiter Also einfach sterbe Das musst du wissen Ich habe ein schlechtes Gefühl Ja Never tell me the odds Oh man So Ein Touch Ganz hinten Ich fast ganz vorne Naja, immerhin Was willst du machen Liebe Freunde Ich hoffe es hat Spaß gemacht Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben Daumen Wenn ihr neuerfst Im Kanal Seid ein Abo Würde mich wie immer natürlich sehr freuen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und may the fun be with you Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020